Die PSG-Stars Neymar, Kylian Mbappé und Edinson Cavani von Paris Saint-Germain nach dem Auftritt in der Champions League beim FC Liverpool, 2 zu 3, hart kritisiert, bei PSG sind sie keine Helden, sondern Egoisten, schimpfte er bei Le Paris 7. An einem gewissen Punkt muss man sich in den Dienst der Mannschaft stellen, unabhängig vom Status im Team, machte Pappin klar. Laut Pappin falle auf, dass dies bei anderen Mannschaften ein kleineres Problem sei. Es sind Unterschiede zu erkennen zwischen den Stars im Ausland und denen hier in Frankreich, fuhr er fort. Warum schafft es Liverpool, seine Offensivspieler ins System zu integrieren, fragte der Ex-Stürmer. Pappin, Neymar hat bei Barca mehr verteidigt. Pappin ging sogar noch weiter, als Neymar in Barcelona spielte, hat er auch verteidigt, wenn es sein musste, meinte er. Das Ziel von PSG sei es, den Titel in der Champions League zu holen. Wenn die Spieler dafür gewisse Dinge nicht verinnerlichen, werde man den Wettbewerb aber niemals gewinnen, so Pappin abschließend. Das Ziel von PSG sei es, den Titel in der Champions League zu holen.